Flunderies wird jetzt erstmal beiseite gelegt, weil der Stack mich halt mittlerweile echt langweilt und ich ein anderes Stack natürlich sehr gerne habe, das hat man halt in den letzten Wochen, glaube ich, an meinem Fleet Center, der gerade nicht im Bild ist, gesehen und für die, die mich halt auch schon mal auf Regius gesehen haben, ja, die Evilly Playmate darf natürlich nie fehlen und deshalb stelle ich euch heute mein Pearly-Deck vor. Aber ich habe damit halt auch schon ein bisschen Erfahrung, ich habe das seit Day One versucht, irgendwie spielbar zu machen, bis das halt der gute Support rauskam. Ja, war eine schwierige Zeit, aber wir haben ja jetzt mittlerweile alles von Pearly und manches wurde ja schon gehittert, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, das Stack zu spielen und ja, vielleicht gemeinsam mit euch es zu perfektionieren. Mein Pearly-Deck ist ein Handtrap-Build, weil ich gar keine, gar kein Fan bin davon, äh, mit Noir irgendwie, Boardbreaker oder irgendwas, was man nicht im gegnerischen Zug aktivieren kann, nachziehen, äh, muss. Und deshalb, ja, zeige ich euch mein Handtrap-Bild zu Pearly. Das wird auch die Liste sein, die ich halt die nächsten Wochen so spielen werde und die halt immer so Kleinigkeiten an der Liste halt verbessern. So, wir fangen natürlich ganz normal mit Engine an. Wir spielen natürlich dreimal Pearly, ohne die geht's halt nicht. Und natürlich das, äh, das Schwesterlein Lily, mit der wir halt, ja, eigentlich die normale Standard-Kombo machen wollen. So, dann, äh, natürlich die stärkste Karte in diesem Deck, My Friend Pearly. Ohne die geht halt quasi auch nix. Und dann natürlich dreimal, dreimal Pretty, dreimal Happy, zweimal Sleepy und natürlich einmal Delicious. Ja, würde ich ja auch gerne auf drei spielen beide, aber, ja, Bandlist sagt nein. Ja, da ändert sich halt nicht viel. Ich glaube, es gibt keine Pearly-Liste, die irgendwie anders performt. Äh, by the way, ich finde die Sprite-Liste, äh, zwar besser, aber ich mag die nicht so, weil die halt weniger Non-Engine spielt. Und ich finde, Non-Engine ist wichtig in diesem Format. So, dann haben wir dreimal Fieldspell, obviously, und einmal Trap. Äh, ich hab letzte Woche zweimal Trap versucht und das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings hab ich wieder auf eine zurück, äh, gesetzt. Ganz einfach, weil, ähm, ja, ich will's halt jetzt wieder resetten und nochmal mit einer Trap versuchen. Und, äh, wenn ich merke, ja, Grindgame ist etwas länger, man braucht vielleicht zwei Traps, um den Überraschungsfaktor zu machen. Zu machen, dann, ähm, ja, kommt halt eine weitere Trap rein. So, dann haben wir noch die defensive, äh, Karten, wie Cold by the Grave und zweimal Talents. Das reicht mir. Wie gesagt, mehr brauche ich nicht. Und dann kommen die Handtraps. Da haben wir dreimal Ash, weil beste Karte im Spiel. Äh, dreimal Imperm, auch Insane. Spielt nicht ein Talents rein und so. Dann den Wähler braucht man halt. Wichtiges Format im Moment. Dann spiele ich zweimal Diddy Crow, weil, äh, ja, manchmal kann man damit ganz gute Targets aus dem Friedhof entfernen. Wie zum Beispiel, äh, eine Original oder so. Oder auch eine Black Witch, die man halt vielleicht adden will. Und, äh, natürlich auch Dark Targets und was weiß ich, ne, also, ja. Ja, und dann Magnamut und, äh, Dröswurm spiele ich im Main, äh, einfach, weil ich Voiceless Voice auch hasse. Und da sind diese vier Karten dann halt immer gut. Das heißt, man hat ein Out gegen so ein bisschen alles. Und das hier ist jetzt sowas, das spiele ich persönlich, weil, äh, auf meinen Locals, weil das Deck ist jetzt, äh, ausgelegt auf, äh, Locals zu spielen. Ich spiele dreimal Cosmic im Main, ganz einfach, weil ich eine Menge Stunplayer auf meiner Local habe. Und, äh, da Pörli ein Zeitproblem hat, äh, ja, ist es nicht schlecht, wenn man Game 1 und Game 2 mit Cosmic ganz schnell beendet. Äh, weil, äh, ja, Pörli hat halt das große Problem, dass es halt gerade im Time etwas schwächer ist und man halt auch an einer gewissen Handtrap nicht vorbeikommt, die im Time dann zu aktivieren. Und deshalb will ich halt unbedingt das Game 1, egal ob ich First oder Second gehe, so schnell es geht, äh, fertig ist, damit, äh, ja, ich genug Zeit habe, um mich auf ein Time-Spiel einzulassen. So, dann kommen wir zum Extra-Deck. Das, äh, hat sich auch nicht wirklich verändert, ne, das sieht bei jedem auch gleich aus. Da spielt man die zwei Nuach, äh, dann die zwei Happy, deine Boardbreaker, die sind insane. Ich mag Happy am meisten, die sind so cool, Happiness. Äh, zweimal Beauty. Ah ja, ich spiele auch keine Prosperities. Ich habe das früher gemacht, ich finde das auch gut, aber irgendwie habe ich die Lust daran verloren, mit Prosperities, äh, teilweise gute Targets zu banschen. So, dann Nuach und Plump. Beides braucht man nur einmal, weil, ja, mehr braucht man nicht. Dann natürlich das Zeus-Package, um, äh, ja, gegen Castiera und so zu, äh, performen. Und, äh, ja, und dann kommen die, die, dann kommen die Free-Spots sozusagen. Ähm, ich bin kein Fan von der Karte, aber ich spiele einen Star-Slayer im Moment. Äh, ich finde nur, dass die Karte irgendwie so ein bisschen aus dem Format rausrotiert ist. Also, gegen Branded ist die natürlich immer noch gut, aber die Restriction, dass man halt danach keine Summons mehr machen kann, ja, tut der Karte halt nicht gut, ne. Äh, weil Pörli hat schon ganz gute Boardbreaker im Archetype selbst und auch Beauty kann ein Boardbreaker sein mit der, äh, Pretty-Fähigkeit, äh, weswegen man Sky, äh, Sky-Slayer halt nicht wirklich braucht. Es sei denn, es kommt mal ein Rogue-Dag, was halt, wie zum Beispiel Raid-Raptor, was halt so Tower-Monster aufstellt. Aber ich weiß nicht mal, ob Raid-Raptor, äh, von dem hier beeinflusst wird. Ich habe keine Ahnung. Und dann spiele ich ein Dark, weil auch eine Menge Dark rumläuft. Äh, dann Little Knight, obviously, beste Karte im Extra-Deck. Und ich, äh, spiele auch noch eine Underworld-Goddess, um halt auch so easy diese Raid-Raptors irgendwie zu räumen. Das, äh, ist basically mein Extra-Deck. Äh, diese Videos sind auch dazu da, damit ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt. Und, äh, ja, wie gesagt, die Liste ein bisschen verbessern könnt. Ich würde ja gerne Snaker spielen, aber ich habe da nicht alle Karten beisammen. Deswegen, wenn ein großes Turnier ansteht, würde ich demnächst vielleicht mit Pearly da reingehen. Wer weiß. So, beim Sidon wird es interessant. Da habe ich mir letztes, äh, letztes Mal in Charleroi was gegönnt. Nämlich Grave Creepers, äh, Inscription. Das ist eine ganz coole Karte. Muss man als erste Karte in der Mainphase 1 aktivieren. Und dann kann man den Gegner davon abhalten, aus dem Friedhof zu specialen. Oder, äh, Karten aus dem Friedhof zu banischen. Oder, was war das andere? Äh, Effekte im Friedhof aktivieren. Also, das ist eine stronge Karte im Moment, ähm, gegen die besten Decks. Und die will ich jetzt mal testen, weil es ist ein guter Going-First-Side, äh, eine gute Going-First-Side-Karte. So, dann natürlich, obviously, äh, Beschwörungslimit, weil Pearly kann darunter spielen. Pearly schafft es halt, zwei Summons zu machen und im gegnerischen Zug die dritte, um nur acht zu bauen. Aber auch, ähm, mit Beauty und so hat man eine ganz starke Monsterwelle auf dem Feld, die dann auch, äh, später nützlich sein kann. So, dann natürlich das Floodgate, das, äh, im Side gespielt wird, gegen Decks, die halt mehrere Types spielen. Ist jetzt im Side, da Flanderese wieder auf dem Schirm ist, ich würde das jetzt nicht mehr im Main spielen. Klar, ist immer ein guter Discard, ne? Das ist halt der Vorteil. Wenn man Rivalry im Main spielt, äh, ist das halt ein ganz guter Discard. Aber ich möchte im Main halt Karten spielen, die halt jedes Deck beeinflusst sind. Deshalb halt auch die Cosmics. Denn auch gegen Flanderese kann man die Cosmics ganz gut Going-Second, Game-One verwenden. Und natürlich Going-First auch. Und, äh, Warlords ist halt dann eher einfach nur ein Discard. Das ist ein bisschen schade. So, dann haben wir weitere Hand-Traps im Falle, wo man halt gegen Decks spielt, die halt an diesen Hand-Traps ein bisschen verlieren. Zwei Nibiru, weil ich keinen Platz habe. Und, äh, ich finde Nibiru auch nicht so nice. Ich seite den eher rein, wenn ich Going-Second bin. Going-First mag ich den nicht so, weil der halt auch mein Board vibet. Und ich möchte doch meine Monster behalten. Ja, und dann leider sind wir gezwungen zu spielen, weil, ähm, ja, klar, ich spiele schnell. Ich versuche nicht in Time zu geraten. Aber manchmal gibt's halt komplizierte Game-States. Oder der Gegner spielt halt viel langsamer. Und deshalb brauche ich halt, ja, Ghost Sisters ist quasi ein Maxi, das dir für jedes Special-Summen die RTK des Monsters als Lebenspunkte dazu gibt. Und das braucht Pearly halt, weil jede Karte in Pearly kostet was. Äh, das ist ja halt so ein fucking Meme. Äh, die Pearly-Karten kosten alle. Und, äh, Floundary's kostet halt gar nix. Und dennoch hat Floundary's eine Time-Karte mit, äh, Journey, die einfach random 500 Lebenspunkte dazu gibt. Niemand weiß warum, aber ist halt so. Ja, und Pearly könnte sowas halt gebrauchen, aber, ja, haben wir leider nicht. So, Leute, das war mein Deck-Profil. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.